Sie haben es vielleicht mitbekommen, zum Beispiel Kooperationen. Adidas ist mit Paladin in eine strategische Kooperation eingestiegen. Warum macht man sowas? Es gibt viele Gründe. Unter anderem aber auch, um den Markt zu sichern. Paladin mit all ihren Usern, mit all ihren Mitgliedern darauf, könnte ganz einfach eine eigene Kollektion rausbringen. Nur für sich alleine, für ihre Follower. Das ist aber ein großer Marktanteil, wenn wir in solchen Unternehmen wie Adidas oder Nike oder sonstiges denken. Und die müssen sich natürlich auch überlegen, wie schaffe ich es? Diese Lücken, dieses Risiko, dass andere meine Marktanteile besetzen, zu schließen.